Im Blickpunkt haben wir heute folgende Themen für Sie. Feststimmung, Krippenausstellung in Valjeu und AS Eupen, Vorbereitungen auf das Spiel gegen Anderlecht am Sonntag. Das und natürlich das Wichtigste aus dem Inland im BRF Fernsehen ab 17.45 Uhr mit stündlicher Wiederholung und jederzeit im Internet unter brf.be. Wir sehen uns.